Die Parkpartner Tust du doch bei der Roten Amteln stehen bleiben bei den Stoppstuman? Ich blonde veut, dass die passed that someone so homemahahat Ja, wir können die Lays nehmen oder nicht? Rot, ich kann die Rot-Delays. Ich will Farb nicht. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Sind wir richtig? Ja, oder? Ja, ja. Jetzt ruhig Gas gehen. Er kann ruhig bisschen Gas gehen. Oh, ich kann mal was einsammeln wieder. Halt! Das ist Deo, oder? Ich pöppere im Auto. Ja, ich renne so ein Schoß einfach mal. Hab es, komme, ich komme. Was wollen die alle mit mir? Ich bin schon. Du setzt der Arschloch zurück. Ja, ich bin dort. Okay, oder? Ich komme raus. Ich bin ja da. Ich hab die Säben gerettet. Ich hab die Säben gerettet. Das ist ja auch ein Schoß. Ja, das ist ja ein Schoß. Ich hab die Säben gerettet. Das ist ja auch ein Schoß, oder? Mach mit deiner Wut, steig ein! Fahr los! Fahr los! Kann das sein, dass hier ein bisschen langsam sind? Das kommt mir auch so, ja. Die ziehen wir auch nicht richtig. Okay, wir können raus. Das ist doch Dschungel, da brauchst du keine schnellen Autos. Ach, die ziehen trotzdem. Woll der denn? Hast du doch jetzt aber mal einen schönen Tanz gemacht. Dirk. Oh nein! Nein! Was gibt das? Nichts, kann er nicht? Ich hing mit dem Kind noch dran. Nichts, kann er! Kriegen wir das alle? Ja. Ja! Oh! Gibt es ein Problem! Der auch nix! Da gibt es Baupläne! Oh! Oh! Ich soll auch den Bauplan! Oh! Wo denn? Da drinnen, aha! Nee, bei der... Nee, nee! Hier draußen bei der... Bei der Harlow! Hau! Das klingt ja eher was nach... Dirk! Alles was aufprallt ist, Dirk! Du weißt doch! Ohne Aufprall kein Bums! Wo ist er denn? Wo ist Aufprall? Draußen! Bei Hermoti! Das ist ein Bauplan, oder? Das ist ein Bauplan, oder? Genau, Wolle! Ach, nichts Neues dabei! Ach, ja... Ich habe meine gute Waffe weggelegt... Du und gute Waffen noch! Ja... Ich habe deine Waffen! Was ist hier? Sooo... Die macht 2 Millionen Schaden, die ich dann... Ja? Dann benutze auch mal! Minus 1,9 Millionen! Ja, dann benutze es mal! Sooo... Was nennen wir jetzt als Quest? Äh... Wir haben bloß noch die erste... Haupt! Nö, ich nicht! Wir haben... Die anderen sind so nebenQuesten! Ach so... Jaja, hast ja recht! Ich nehme das Boot! Wo siehst du dort ein Boot? Unten! Da kommst du aber auf! Komm, ruf! Sind wir da! Jetzt guck ich dich ja schon wieder an! Wie, der könnte 5 Meter fahren! Wo ist denn der Sven? Ey, der Dirk! Ich bin jetzt hier ... Ich habe nie mit dem Auto fahren! Wie, der Dirk! 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 Ich mach' keine Scheiße! Mach' keine Scheiße, fahr los! Ich werd' wieder! Ich bin im Wasser! Ich rette dich! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich seh's! Ich auch! Ja, toll! Du springst schon ins Wasser! Wieso explodiert denn die? Ach, hier hilft er ja! Wolltest du nicht mit'n Auto fahren? Neee! Hast du'n Stock mit'n Schwert dran? Wer? Ich, ne? Zwochstunde! Aha! Ja, das ist das, was ich nie aufnehmen konnte! Was ich nicht wagen konnte! Ach, da wird'n Schaden! Ja, so nach beiden Bedürfnissen! Tausend und was! Ja, siehste! Das müssen wir hin! Und ich kräbel mit 700 Mauers! 710! Plus! Der Stacheldrandschaden! Was? Der Stacheldrandschaden! Kommt auch noch dazu! Ich krieg' ja ein bisschen Ausschau halten! Vielleicht finden wir noch ein paar tolle Sachen! Och, die sind tolle Sachen! Hier oben ist was! Ja, ich muss den mal bewusst hier durchrammen! Mach das immer auf der anderen Seite auch! Gut, wir gehen hier raus! Was? Cool, tolle Sachen! Wasser! Och, gibt's hier nichts was zu essen! Hier ist was für Dirk! Komm schon weiter von mir immer, was nur für'n Dirk! 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 Let's open this up! Ich hab' die Nerven einfach weg! Uuuhhhhhh! Ihr könnt' ja mal im Gungala gucken, ob was drin ist? Ich guck' grade! Ich bin grad im Wohnwagen drinne! Glintskramp los hier, so leilzeug! Hier vielleicht was? Hier ist ein Bauplan! Siehste, umsonst war's nie! Hinten den kaputten Wagen! Vorne am Anhänger! Ja! Hinten! Bei der schwarzen Kiste hier! Hier unten! Hier daneben! Na eben! Komm da hin nochmal drauf! Was war denn der Trainer? Was hab' ich hier aufgepasst? Nagel und Schrauben hießte! Bei Nägel und Schrauben hießte! Bei Nägel und Schrauben hießte! Das klingt ja wieder nach dir! Ja! Ja! Kaaat! Cool! Guck guck! Ich guck dich an! Guckst du da Ronny hin? Bist du! Ich seh' dich, Ronny! Kann Ronny dich angucken! Wollen wir hier oben auch gleich gucken? Ja, mach' mal lieber! Mach' mal alles mit! Oh! Oh! Vermisst auch mal diese Tore für mich! Da kann sein, dass du überleben kannst! Hm! Ich würde aber runterschneiden, oder? Ne! Da muss ich mal rein, ja! Ich glaube, es ist wie gegenüber! Siehst du mal da Brücken drücken? So in Leitung! Ich hab' mal geklatscht! Oh, toll! Ich hab's nur gekommen! Ich hab' mir leid da! Hier ist irgendwo ein Help Me! Ich rette dich! Hier ist irgendwo ein Help Me! Ich hab' mir leid da! Hier war irgendwo Help Me! Sven hat mich gerettet! Voll todesmutig über den Schrauch gehobt! Ja, ich lasse! Ja, alles kalt! Da kenn' ich nichts! Da bist du KWS-Kumpel wie Sau, wa? Ja! Rechnung liegt am Ringen! Ich hab' mir leid da! Ich hab' mir leid da! Ich hab' mir leid da! Ja, hilf' Megan! Ich komm' bloß nicht zu Megan! Hey, helf' ihr! Wie komm' ich denn da hin, ne? Wir helfen' Megan! Ach, hier unten die! Was ist'n mit dir? Du hattest Probleme mit dem? Wer will dich'n Stücke reißen? Was? Wer will dich'n Stücke reißen? Ja! 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 Der hat rote Unterwäsche an! Uuuuh, diese Opel! Wer denn? Ne! Ne! Jaa! Geh' mal hier unten gucken! Da kannst du gucken! Durch die Holzbretter! Ich komm' gleich! Ich kann' aufgucken! Wo denn? Ich seh' nichts! Eee, drei, dich'n Dobl! Ich kann' aufgucken! Ich besorge uns das Boot. Orangeslip hat es da. Oh, das stimmt. Ey, du musst doch mal mit der Feuermachräte oder mit dem Feuerdinge dorthin halten. Siehst du, das ist richtig schön. Das glänzt sogar. Guckt einfach noch hin. Ihr habt mich einfach dafür verleitet. Die glänzt sogar an der Stelle. Ich weiß, wie lange sie gewaschen hat. Oh, bist du eklig. Das ist schon so eine gewisse Schicht drauf. Oh, schon eingewachst. Andere nennen es Schmutter. Und wie nennst du es? Abartig. Normal. Red auf einer Seite natürlich. Nein, Dreck. Ich hab doch was rüber gedrückt. Warte mal auf mich. Wartet mal auf mich. Ich hab auch... Ich hab hier keine Bremse oder gedrückt. Nein, nicht der Ass. Nei. Ich hab kein F. Ich hab kein F. Ich hab kein F. Jetzt, ey. Fahr los. Der ist ja schon wieder draußen Der ist ja schon wieder draußen Der ist ja schon wieder draußen, wie hier los? Wir haben hier rausgekommen Ey, was soll denn das? Hier kommt es zum Laufen sein, oder? Ich guck grad noch ein bisschen hier Wie kommt man oben treffern? Ah Boah Helfen mal! Helfen! Nein! Und tschüss! Bist du bist du? Oh, ich hab ein Problem, ey Wir müssen dann mal, wir müssen uns irgendwo safe Kann man machen Weil, ich kann mich nimmer konzentrieren Wer drückt die Blase? Achso! Achso, die schlimm! Ja, und durch das Lachen, was dazu kommt Ja Das verstärkt den Druck Da geh jetzt bitte, wir tun hier Waffen Was? Äh, nee Ist doch safe Nee Bei mir bist du sicher, komm wir fahren Das ist doch sicher hier, Mann Ach Wir waren auf uns Haben wir das Boot geholt, ne? Ja, klug los, gerade raus drauf zu fahren Gerade raus drauf zu fahren Zurück, zurück, zurück Mit den, den kannst du in die Bremsen Lenken ist noch beschissen als mit dem Auto Willst du schon wieder? Boah, die Rattung, lass mich los Wir müssen noch mehr Wir müssen noch mehr Wir müssen noch mehr los Jo, okay Ich hab's gleich die Probleme Mach dir nix raus Ich bin draußen Ich bin zu euch Was blöd ist Wenn ihr reingezogen werdet in Wasser Ich kann nichts dagegen machen Kannst du mir irgendwie schneller fahren oder sowas? Ich hab grad probiert Ich hab hier Gas gegeben und alles Aber passiert nichts Ich hab mal, ich muss mich hinter dich stellen, Dirk Ja Weil vor euch kommt da was Also, ähm Ist das PP richtig? Oder wie ist das? Ich mach auch richtig PP Ja, genau PP